Wuhuuu! Liebe Freundinnen und Freunde, wir Frauen wie du rennst den Regen auf deiner Haut wie du, wie wir vorhaben und wie du und wie du und wie von Rassismus ich denke das wäre eine Lüge wenn man das behauptet sie haben eine menschenwürdige Behandlung verdient und sie haben es verdient nach Recht